Resilienz ist ein Begriff, der ursprünglich aus dem Lateinischen kommt. Resiliere bedeutet abprallen, wieder zurückfallen. Das ist dann übernommen worden über die Physik in der Materialkunde und heißt dort, dass es wieder in die ursprüngliche Form zurückgeht. Es gibt das berühmte Beispiel von einem Gummiband, was ich auseinanderziehe, dann gerät es unter Spannung. Wenn ich es aber loslasse, geht es wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Das ist also das Vorbild. Und dann wurde das übernommen in die Psychotherapie und bedeutet hier die Widerstandskraft der Seele. Das heißt auch hier, wenn ich unter Spannung bekomme, dass ich also in Stress gerate, sozusagen ein bisschen neben mir stehe, schaffe ich es aber dann doch wieder in meine ursprüngliche Form, jetzt symbolisch gesprochen, wieder zurückzukommen. . Musik Musik